Erst Anfang Januar feiern die Zwillinge, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine, ihren 10. Geburtstag. Zu diesem Anlass veröffentlicht der dänische Hof einige Musterportraits des niedlichen Geschwisterpaares. Nun ist auch die jüngste Enkeltochter von Königin Margrethe von Dänemark an der Reihe. Die Cousine von Vincent und Josephine heißt Athena und ist das Nesthäkchen der dänischen Royals. Am 24. Januar 2021 feiert sie ihren 9. Geburtstag und der muss natürlich gebührend zelebriert werden. Mit einer ganzen Reihe von tollen Portraits wird die Tochter von Prinz Joachim hochgelehnt. Gekomposiert die niedliche Schneeprinzessin für die Kameras. Dass sie dabei einen Mordspaß hat, ist nicht zu übersehen. Kein Wunder ist es doch ihre schöne Mama Prinzessin Marie, die die entzückenden Aufnahmen selbst fotografiert. Die Prinzessin erkennen wir sogar in einer leichten Reflexion bei der Innenaufnahme in ihrem Zuhause. Dabei lernen wir auch Athenas kleinen Freund ihren kuscheligen Hund Cerise kennen. Dass die 9-Jährige einmal ganz nach Mama Marie kommen wird, ist bei diesen Fotos nicht zu übersehen. Mit ihrem strahlenden Lächeln und der aufgeweckten Art wird direkt deutlich, dass die beiden aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Das sind doch mal wirklich tolle Geburtstagsaufnahmen.